Hallo Kinder! Jetzt geht's los! Besuch uns doch in unserer wunderbaren Straße. Tiere ganz persönlich. Präsentiert von der Sesamstraßen Geburtstagsshow. Am 22. November in der Sport- und Kongresshalle Schwerin. Was? Schon aufstehen? Gibt's Frühstück? Na dann, auf auf! Juhu! Frühstück! Frühstück! Wo steht Frühstück? Da? Nein? Frühstück! Mein Name ist Limpopo. Lustiger Name, oder? Ich selbst komme aus dem fernen Afrika und Limpopo ist ein Fluss, der in der Nähe von Johannesburg entspringt. Gut, ich selbst habe Afrika nie gesehen. Ich komme nämlich aus einem amerikanischen Zoo. Mit mir wohnt hier noch Clara. Die mag ich aber nicht so gern. Die erzählt nicht so viel und vor allem will sie sich nicht decken lassen. Zicke! Gar nicht so zickig sind diese kleinen Zickelein hier. Das sind meine Spielgefährten, Schmusekameraden und gleichzeitig Marseusen. Ja, richtig gehört. Die benutzen mich manchmal als Trampolin und ich nutze das als Massage. Zugegeben, das war am Anfang etwas schwierig. Ich habe nämlich oft Angst. Aber das bleibt unter uns, okay? Ich kann nämlich nur ganz schwer sehen. Oft mache ich erst einmal alles kurz und klein, bevor ich wirklich sehen kann, was passiert ist. Aber ich lasse mich eben nicht aufs Horn nehmen. So, jetzt frühstücke ich endlich. Heu, Gras, leckere Nashorn-Pellets und vielleicht gibt es ja heute einen Apfel. Ich freue mich auf euch. Kommt mich doch mal besuchen und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Euer Limpopo. Hallo Kinder! Jetzt geht's los! Besucht uns doch in unserer wunderbaren Straße. Wer nicht macht, sei dumm. Wer wie das? Wer wie was? Wieso ist das für uns? Wer nicht macht, sei dumm. Tiere ganz persönlich. Präsentiert von der Sesamstraßen Geburtstagsshow. Am 22. November in der Sport- und Kongresshalle Schwerin. Am 22. November in der Sport- und Kongresshalle Schwerin.